Prost Freunde auf euch ja und da sagen wir mal gleich wieder grüße grüße gehen raus an alle biertrinker an alle was machst du eigentlich mit deinem schädel da immer wer sieht scheiße aus ja du hallo chris hallo ich grüße euch schön dass du auch wieder da bist ja was ist los negro hat level 2 die letzte folge nicht gesehen hat weiß trotzdem passiert ist genau wir haben folgendes gemacht ich habe jetzt tatsächlich einfach auch wenn das blöde ist wir haben jetzt das never einfach zurückgesetzt dann ist das denn wirklich blöd auf jeden fall noch was zurück gesetzt und da gehen wir es gleich mal gucken was da so tango ist ganz genau so ist es ich glaube ich die auch gleich mal los noch mal meine sachen hier weg haben wir noch mal ein paar kartoffeln rein hier ein kartoffelscheiß noch mal ein paar spitzhacken mitnehmen also ich bin voll ausgerüstet drei stück ich bin auch joda joda braucht das eigentlich alles gar nicht er kann das alles mit seiner macht machen erstmal ein paar sachen hier weg packen und du bist david hesselhoff weiter übrigens gehört dass david hesselhoff ja der ist ja bei bei dem baywatch film am start habe ich auch schon gehört ja mit mit der rock alter weil so rock ist ja jetzt der neue mega star in hollywood der dafür jetzt auch beim jumanji remake da die hauptrolle spielen warum auch immer verstehe ich nicht aber gut und perma landersen ist auch am start bei baywatch die wird auch keiner mehr sehen natürlich für die jahren wollte jeder sehen mit recht ja auch gut dann ist jetzt ja vorbei ne ja ich meine aber eigentlich wieder auch keiner mehr baywatch sehen also ich meine das war ja vor 20 jahren auch eine wirklich eine sehr erfolgreiche serie das ist ja oder die erfolgreichste serie weiß gar nicht ja aber ich will doch kein ich will das nicht mehr sehen nee genau das stichwort ist nicht mehr das zwar vielleicht eine 90er serie aber genauso wie so ein ganzer 21 jump street scheiße was man früher alles so für sich für kacke im fernsehen angeguckt hat also mein gott was haben wir früher für ein scheiß teilweise gesehen was früher geil war waren die comics alter dass sowas geiles kriegst du heute nicht mehr ich bin gespannt wie geht es hier um tv-serien da war das eine feuerzeit ja hab ich ich habe alles wenn ich jetzt gleich wieder beschossen werde hier ne huch wo bin ich das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht und gehalten dass man gleich lang gehen hier gehen festungsporn würde also wir haben das nether halt zurückgesetzt weil ja gut alles klar bist du hinter mir eigentlich ich bin in eine richtung gegangen da geht aber nix ach so ok alter krass er das bauen wir einfach mal direkt in der festung oder was ich habe was gehört war die kiste auf hier und was habe ich gefunden einen diamanten und eine goldbrustplatte da ist da ist da ist ein ding ein was ein eine luna oder vorsicht wo gehen wir hin als erstes alter ist das hat ja gut gestartet ja ok wir gehen jetzt machen wir jetzt die lohe platt hier ja warte ich muss schnell was essen meine energie muss sich aufladen aber habe ich dir keinen bogen mitgenommen wir haben keinen bogen ist mir auch aufgefallen und schon ist die spannung wieder da freunde wir gehen dann erst mal rechts rum hier was ist denn die scheiße du mal jetzt hat die sich verpisst also hier können wir eh nicht lang hier könnten wir theoretisch runter da gehen wir noch nicht lang wir bleiben erstmal hier oben da ist ein zombie pigman den lassen wir mal in Ruhe wow alter ach die schwarzen müssen wir angreifen ne aber der macht nix der ist gerade vorhin dumm durch die gegend gelaufen ok hier rechts lang hier geht nichts außer die lohe die uns da gleich angreift vorsicht was geht auf der anderen seite hier können wir eine treppe runter da ist wieder eine lohe ok wollen wir eine treppe runter hier oder was da ist eine kiste nicht so schnell laufen ich habe irgendwas gehört da ist ein gast was da drin feuerzeug, goldrüste, sattel, eisen alter krass der kann ja gar nichts zwei skelette zwei skelette hinter dir ja das ist easy da ist ein zombie pigman nicht die zombie ja freunde wir sind tatsächlich hier wieder in ner in ner in ner Festung gespawnt deswegen ist der spaß hier schon wieder vorbei ok was da drin ja niins gar nix nichts warn está shit ok dann lass mal wieder zurück er er Dann müssen wir sterben, ne? Wenn wir sterben, kommen wir ja wieder nach Hause. Und verlierst du auch alles, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Hier ist ein Magma-Würfel, den machen wir auch gleich mal platt hier. Oh, gleich mal Magna-Creme schmähen hier. Was steht denn da auf der Treppe? Hast du das gesehen? Warte, ich muss kurz was essen. Oh, hier kommt ein fetter Magma-Eumel. Wo bist du? Der ist rechts hier. Ja, die können ja auch nix. Vorsicht, kleine Magma-Eumel. Oh, wir machen ein bisschen Level, das ist doch gut. Was soll's? Auch Magma-Creme wieder eingesammelt, gerade irgendwer von uns. Oh, und hier ist... Oh, was? Ah, fuck! Ist der platt? Nee. Nee, noch nicht. Bitte. Ich will mal hier das Zeug abbauen, was hier in der Ecke ist. Naja, wollte ich eigentlich auch, aber mach du das mal. War nicht viel. War nicht viel. War nicht viel. Okay, es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Treppe, die wir nebend nicht gesehen haben. Äh, die wir schon gesehen haben, aber nicht runter gegangen sind. Genau, die nehmen wir jetzt. Und hier rechts und links. Hier ist unser Tor, ne? Ja, genau. Hier wo? Oder? Wo ist unser Tor? Hier unten oder was? Nee, nicht da unten. Also da, wo du lang gehst. Ja, genau. Hier ist das Tor, oder was? Ja. Da muss es jetzt sein. Im Prinzip da. Ja, hier ist das Tor, alles klar. Alles klar. Freunde, ist das nicht spannend? Die Spannung ist doch kaum zu übertreffen. Jetzt gehen wir geradeaus, ne? Hier unten ist ein Skelett. Jetzt fahren wir gleich mal ein bisschen auf den Arsch hier. Kann gar nichts. Alter, es ist... Das ist natürlich geil, direkt in der Festung zu spawnen. Ist natürlich nicht schlecht. Ist auch ultra still hier, ne? Keine Mucke, keine Sounds. Ah, hier geht es nicht weiter. Ist schon wieder so eine Mini-Festung, Alter. Gibt es hier eigentlich auch so eine... Gibt es da auch große Festungen hier eigentlich? Ja, gibt es auch. Ich bruddel mich mal hier durch. Mal gucken, was hier passiert. Okay, ich bin jetzt erstmal zurückgegangen. Was? Ja, nix. Ich guck mal, was hier mal anders ist. Naja. Ich guck einfach mal, wo es hier lang geht. Also hier geht es auf jeden Fall auch noch fett weiter hier oben, ne, Digga? Echt? Ja. Hier ist noch eine Treppe, noch ein Stockwerk nach oben. Ja, warte, ich komm wieder zurück. Oh, da ist ein Lohe. Fuck you. Das weiß ich jetzt auch alleine hier rumlaufe, ich Idiot, weißt du? Ja, du bist auch echt ein Trottel, ey. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin vergiftet, Alter. Du bist hochgelaufen und dann? Ja, ich bin hier gerade. Ich muss gerade mal ein bisschen Energie jetzt aufladen, weil ich vergiftet war. Wo bist du denn ins Hell gekommen? Was? Wo geht es denn noch nach oben? Hm. Ich sage, warte, lass uns zusammen hier gehen. Und da geradeaus sein. Aber warte noch, ich habe echt nur vier Herzen gerade. Okay, ach, alles klar, das ist das Skelett, das schwarze Skelett, was dich angegriffen hat. Nee, die Lohe. Ja, das Skelett auch, aber auch die Lohe. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich guck mal nach oben. Ja, Vorsicht, da ist irgendwo das Skelett, glaube ich. Ja, und die Lohe ist hier oben auch. Gehen wir erstmal da weiter hier, oder? Oder wo gehen wir hin? Weil oben ist echt viel. Ich will erstmal hier kurz weiter gehen. Oh, hier geht auch eine Treppe nach oben. Scheiße, Alter, war zu mir. Hier ist ein Teich. Kennst du das? Das ist ja auch von den Beatles, ne? Erster Teich. Alles klar. Alles klar. War übrigens geklaut von nachdem. Aber der Chris hat mir nicht zugehört. Nee, aber nicht. Lass mal nach oben gehen. Hier, oder was? Lass mal nach oben gehen. Lass mal nach oben gehen, bevor du da schon wieder alleine rumläufst. Hier, oder was? Was machst du denn da? Du darfst schon wieder irgendwo hin, wo ich gar nicht bin. Du hast gesagt, nach oben gehen. Ja, ich dachte, wir gehen da nach oben, wo die anderen Viecher auch waren. Ja, ich dachte, wir gehen da nach oben, wo die anderen Viecher auch waren. Lass hier noch kurz gucken. Also im Prinzip sieht das Ding hier übrigens genauso aus, wie die letzte, die wir gesehen haben, oder? Ja, die sehen alle gleich aus. Okay. Wahrscheinlich mal eine mega fette Festung, Alter. Ich kann nichts sehen. Ja, hier ist nichts. Ich habe ein Gast. Ich muss mich weg, aber ich muss mich zu schließen. Ja, geht doch klar, oder? Ja. So kann man mal im Nether starten. Hier geht irgendwie ganz weise. Wirklich viel, klar, finde ich. Also hier ist halt nicht viel. Oh. Vorsicht. Alles klar. Oh, hinter uns. Alter, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bist du nach unten gegangen? Nein, nein. Ja, ich würde von uns klettern gehen. Hast du die andere Lohe da gekillt? Alter, Alter, wo kommt der denn noch an? Hier links von uns ist auch noch ne Lohe, ne? Ja, die hab ich nicht gekriegt. Hier geht nix, ne? Hier ist ein Ghast. Du hast auf jeden Fall einige Pfeile im Kopf schon wieder. Ich glaub, hinten geht's auch nicht weiter. Doch, hier geht's noch weiter. Ne, hier geht's nicht weiter. Ein Sattel und ein goldenes Schwert. Ja gut, ey, Sattel. So, erstmal wieder zurück, oder? Ja, ganz zurück, oder was? Also in die normale Welt, oder was? Ne, weiß ich noch nicht. Erstmal wieder zurück, da wo in der Nähe von unserem Hornpunkt. Da draußen war auch nix, ne? Zu verpeilen. Nö, ich hab da jetzt auch noch nicht großartig weitergeguckt. Bist du wieder nach unten gegangen? Ja, und jetzt geh ich wieder hoch. Auf der anderen Seite quasi, bei der zweiten Treppe. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bist du hier am Start bei mir, ja, ne? Ich bin sowas von am Start, am Stiesel, mein Niesel. Hier geht's nicht weiter. Alles klar, hier geht's auch nicht weiter. Es geht nicht weiter, außer man breiter. Hier geht eigentlich auch nix, außer ein bisschen. Oh, da vorne kann man leveln. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das war's hier, das war's hier. Ich weiß nicht so weiter. Ja, das Nether ist tatsächlich echt immer nur dazu da, um dann quasi ein bisschen zu leveln. Und hier halt diese Zutaten zu besorgen, ne? Zutaten? Hier diese roten, äh, Krebse hier, oder was? Ja. Oh, oh. Was war das denn? Ich hör was. Der Chris ist vergiftet. Pipa verpichtet. Das ist klar.